Herzlich Willkommen beim Growth Library Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder bei uns reinhörst. Bevor wir jedoch mit der Episode starten, wollte ich dich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in der Podcast-Beschreibung einen Timestamp eingetragen haben, falls du unseren Smalltalk am Anfang überspringen möchtest, um dann direkt mit der Buchbesprechung zu starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro. Lehrzeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Mischa. Herzlich Willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder. Mischa, hallo und herzlich Willkommen, natürlich auch wieder von meiner Seite. Ja, ich habe gerade eben schon zu dir gesagt, ich mache heute ungewöhnlicherweise mal den ersten Sprung ins Wasser. Und zwar könnte es vielleicht ein bisschen verstörend sein, aber mir ist letzte Woche etwas passiert, das mich auf eine unglaublich interessante Business-Idee gebracht hat. Okay. Und zwar geht es um das Wohlergehen unserer stärksten Werkzeuge, die wir haben, und zwar unseren Szenen. Die Zähne sind echt krass, nur mal so am Rande. Zähne sind das Stärkste, was wir am Körper tragen. Wenn dein Kopf nicht deine Muskeln steuern würde, würdest du sogar fähig sein, durch deine Muskelanspannung deine Knochen zu brechen, weil deine Muskeln so stark sind. Aber das ist wieder was anderes. Und zwar geht es um Folgendes. Und zwar habe ich mir letzte Woche vorbildlich, wie man es tut, mir erst die Zähne geputzt und dann mit Zahnseide meine Zahnzwischenräume noch gereinigt. Okay. Und jetzt wird es wild. Ich habe so eine etwas stärkere, dickere Zahnseide, die auch so ein bisschen aufgefüllt. Und hin und wieder hatte ich das schon mal, dass die dann irgendwann gerissen ist im Prozess. Das ist kein Problem. Dann war es nur noch zwei Teile und dann fängst du halt wieder von vorne an, an der Stelle, wo es aufgehört hat. Also mir ist die noch nie gerissen, muss ich zugeben. Okay. Dann liegt es entweder an meiner schlechten Technik oder an der Zahnseide. Da muss ich mir mal überlegen, vielleicht umzusteigen. Muss ich sowieso. Denn das Folgende bestätigt dies. Und zwar war es so, dass es beim diesmaligen Reißen ein Stück in dem Zahnzwischenraum hängen geblieben ist. Und ich habe es wirklich den Abend über noch versucht, ohne Erfolg es rauszukriegen. Ich hatte die ganze Zeit so einen leichten Druck in der Zahnreihe. Und das ging überhaupt nicht. Also ich habe versucht, mit einer Pinzette das irgendwie rauszuzupfen. Später sogar noch mit diesen klassischen Nagelscheren, aber keine Chance. Wieso hast du nicht nochmal ein neues Stück Zahnseide genommen und das versucht rauszumachen? Das war einer meiner ersten Versuche. Dadurch, dass es so dick und aufgequillt ist, hatte ich gar nicht die Chance, da wieder reinzukommen. Okay. Das war absolut dicht. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Zahnarzt gegangen, weil es nicht, ich habe es zum Teufel gekommen raus nicht geschafft. Und der hat es dann halt letztendlich geschafft mit seinem Fachwissen. Er machte einen guten Tag, seine fünf Minuten da bei mir im Mund rum zu wohnen. Hat ihm wahrscheinlich gut Geld von meiner Krankenkasse jetzt in die Taschen gespielt. Und habe ihn dann auch gefragt, ob es sowas gibt. Weil es wäre ja super, wenn die Zahnseide bei solchen Situationen sich durch den Speichel selbst auflösen würde. Aber sowas gibt es nicht. Ja, jetzt fehlt mir natürlich nur noch das Expertenwissen und zack, hätten wir vielleicht hier eine tausende Dollar Idee. Ja, ich würde sagen, da müssten wir vielleicht mal einen kleinen Aufruf hier starten. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Faserschemiker, der sich mit sowas ein bisschen besser auskennt. Und dann, ja, das wäre aber eigentlich, glaube ich, auch ziemlich cool, wenn es allgemein so Zahnseide oder Zahnbürsten allgemein geben würde, die biologisch abbohrbar sind. Und klar, es gibt Zahnbürsten aus Holz. Oder Bambus. Oder Bambus, genau. Aber allgemein Zahnseide ist ja, glaube ich, jetzt noch nicht auf biologisch abbohrbarer Basis. Das wäre auch eine coole Idee. Okay, ja, ich habe in der Grundschule, glaube ich, als wir diese klassischen Zahnärzthelfer zwischendurch mal hatten, die uns da an die Hand genommen haben mit Zähneputzen und Zahnseide. Ja, kurzer Funfact. Ja. Weißt du noch, dass die immer diese komische Handpuppe dabei hatte, die so Wasser spucken konnte? Ja, doch, ja. Und bei uns, bei uns war das immer so, die haben dann immer so den Kindern in den Mund gespuckt. Und da wollte immer jeder den Mund aufmachen und dann haben die immer so mit dieser Handpuppe so Wasser in den Mund gespritzt. Das ist schon ein bisschen weird. Was wollte ich sagen, genau? Biologische Zahnseide gibt es heute schon. Und zwar hat nämlich ein Klassenkamerad damals, glaube ich, war es, gesagt, dass sein Vater keine Zahnseide nutzt. Der nutzt nämlich immer ein Haar. Der reißt sich am Abend immer ein Haar raus und nutzt das Haar. Das ist natürlich auch biologisch. Boah, ist das ecklich. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt schon wieder den Smalltalk bis zum Zerreißen gespannt am Anfang hier. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt aber mal mit der Buchbesprechung, oder? Wir sehen uns bei dir aus. Sehr gerne, ja. Auf geht's. Gut. Und zwar, wie der ein oder andere Hörer wahrscheinlich schon am Titel erahnen kann, haben wir uns heute etwas Neues ausgesucht. Ein ganz neues Buch, welches wir heute besprechen wollen. Und zwar geht es um die Psychologie des Überzeugens von Robert B. Cialdini. Und ich glaube, das ist wirklich ein Buch, was ich am Anfang so ein bisschen mit Skepsis betrachtet habe, weil ich dachte, es ist sehr, sehr wissenschaftlich geschrieben, weil es ja auch hier sehr stark auf psychologische Konzepte und allgemein Verhaltensweisen des menschlichen Wesen abzielt. Aber ich muss offen zugeben, beim Lesen war es sehr, sehr angenehm, weil sehr viele Beispiele genannt wurden. Und ich, ja, es eigentlich ziemlich, ziemlich interessant fand, das Buch zu lesen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Fand ich auch sehr interessant. Aber ich war am Anfang ein bisschen abgeschreckt, weil das Buchcover irgendwie so ein bisschen an den Schulunterricht erinnert. Aber sehr, sehr cool. Und ich habe gleich auch noch zum Autor vielleicht einen Grund, einen wohlmöglichen Grund gefunden, warum es sich so schön lesen lässt. Aber man muss auch deutlich dazu sagen, das Buchcover ist jetzt in der deutschen Ausgabe nur so. In der englischen sieht das, glaube ich, wieder ein bisschen anders aus. Ja, aber wirklich eines der wirklich besten Bücher, wenn man jetzt allgemein so ein bisschen was über die menschliche Psyche lernen möchte. Aber ich glaube, wir können da gleich noch ein bisschen mehr drüber zu sagen, wenn du jetzt erstmal kurz den Autor vorstellst. Robert Beno Cialdini. Am 27. April 1945 geboren, US-amerikanischer Psycholog und imitierter Professor für Psychologie und Marketing an der Arizona State University. Unter anderem auch Geschäftsführer des Beratungsunternehmen Influence at Work. Sein bekanntes Buch, das wir auch hier vor uns haben, die Psychologie des Überzeugens, hat sich ganze drei Millionen mal verkauft und in 30 Sprachen übersetzt. Und 2017 im Februar erschien auf Deutsch ein neues Buch von ihm, Pre-Suation, wie sie bereits vor der Verhandlung gewinnen. Also womöglich hier vielleicht noch ein Fortsetzungsteil für uns mit neueren, interessanteren Entdeckungen aus diesem Bereich. Und jetzt kommt der interessante Part. Und zwar habe ich online gefunden, dass Cialdini seine Vorschläge für ethisch gerechtfertigt hält, da er seine Bücher aus Sicht der potenziellen Betroffenen schreiben würde und diese quasi dadurch in die Lage versetzt, Methoden der sozialen Beeinflussungen zu erkennen. Und das könnte, glaube ich, auch ein guter Grund sein, warum es als Leser so unglaublich angenehm einem fällt, das Ganze zu lesen. Und auch diesen Wissensdurst, finde ich, hat es extrem getriggert bei mir, dass ich es echt spannend und gut folgen konnte und Lust auf mehr hatte. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass er einem da so ein bisschen diese Schwächen des psychologischen Verhaltens, das jeden Einzelnen von uns aufzeigt und dann im nächsten Schritt dem Leser dabei helfen will, wie er sich von diesen Schwächen abwenden kann, um dann irgendwelche Verkaufsstrategien oder Ähnliches sozusagen nicht an sich rankommen zu lassen. Ja, oder auch gerade die Schwächen zu erkennen, wenn du gerade dabei bist, in eine von diesen zu laufen. Ja, oder natürlich auch das gezielt einzusetzen, was natürlich wahrscheinlich nicht das Ziel des Autors ist, aber man kann es, denke ich, auch ganz gut einsetzen, wenn man bestimmte Verkaufsjobs hat oder Vertriebsstrukturen und sozusagen Kunden von seinem Produkt überzeugen möchte. Noch zwei interessante Fakten. Ich habe auf der Webseite von Robert seinen CV, seinen Lebenslauf gesehen. Dieser hat ganze 21 Seiten. Okay. Hauptsächlich, also zusammengefasst seines Lebens, ist es glaube ich auf ein, zwei Seiten nur und der Rest sind hauptsächlich Publikationen. Was ich aber sehr cool fand, relativ transparent, was er da veranstaltet und cool zu sehen, was ihn gerade so alles umtreibt und wo er mitgewirkt hat. Er hat unter anderem zwei Empfehlungen, einmal von Warren Buffett und einmal von Charlie Munger, die Übernehmer von Berkshire Hathaway. Genau. Ja, das wüssten natürlich auch die wenigsten, dass die beiden das Unternehmen nicht gegründet haben, sondern übernommen und aufgekauft sozusagen. Richtig. Man hört immer, ja, ja, die Gründer, aber es sind eigentlich nur die Leute, die es dann übernommen haben und so großgezogen haben. Ein ganz anderer Punkt, und zwar Influence at Work. Da habe ich jetzt noch gar nichts zu gesagt. Die Webseite von ihm, beziehungsweise sein Beratungsunternehmen, bietet online einen Test an. Und zwar teste deinen IQ. Nicht der Intelligenzquotienten, wie man so schön in Deutsch kennt. Wir sind ja jetzt hier in der englischsprachlichen Welt unterwegs, sondern den Influence Quotient. Okay. Hast du das mal gemacht oder worum geht es da genau? Ich habe es noch nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Wäre aber sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also wenn da einer von euch draußen ist, der das vielleicht schon gemacht hat oder machen will und es dann getan hat, gerne mal uns kontaktieren und uns sagen, wie das war. Dann geben wir das hier gerne preis, ob sich das lohnt und was dahinter steckt. Ist das denn frei oder muss man da eine Gebühr zahlen? Nein, du musst deine E-Mail angeben und dann kriegst du, glaube ich, die Auflösung per E-Mail zugeschickt. Aber ich habe es nur gesehen und habe mich noch nicht getraut, das Ganze zu tun. Ah, verstehe. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal ganz, ganz coole Facts zum Autor. Ich habe da auch schon wieder einige Sachen jetzt gehört, die ich selber auch nicht wusste. Es ist ja immer so, dass wir uns so die Teile aufteilen, wo wir was raussuchen und dann das Ganze besprechen. Ziemlich cool. Nochmal jetzt, um uns als Ganze aufs Buch zu fokussieren. Also bei der Psychologie des Überzeugens geht es wirklich darum, dass der Leser detaillierte Einblicke in verschiedene Strategien und Ansätze bekommt, um halt bestimmte Kunden oder seine Mitmenschen von verschiedenen Angeboten oder von sich selber zu überzeugen, wie der Titel eigentlich auch schon sagt. Und ich habe mir mal ein bisschen überlegt, für wen das Buch jetzt besonders interessant sein könnte. Auf der einen Seite vielleicht Unternehmer oder Leute, die in Vertriebsstrukturen arbeiten oder tätig sind. Oder auch im Marketing, weil man hier ganz klar gute Ansätze mitnehmen kann, um seine Skills in jedem dieser drei Bereiche zu verbessern. Auf der anderen Seite ist es auch sehr interessant für Leute, die wissen wollen, wie unser täglicher Entscheidungsprozess ständig manipuliert wird. Im Alltag durch verschiedene Werbeinserate oder ähnliches. Und sonst auch allgemein für die Leute, die sich für Verkaufspsychologie interessieren. Also hier kann man wirklich einiges mitnehmen. Und ich denke, wenn wir heute diese ganzen ersten drei Prinzipien oder Konzepte durchsprechen, macht es definitiv Sinn, eventuell sich einen Stift und einen Zettel zur Seite zu legen, um da ein paar Sachen mitzuschreiben. Und das Ganze vielleicht auch nochmal zu wiederholen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und bevor wir jetzt komplett einsteigen, wie immer ist es so, dass wir hier nicht das ganze Buch zusammenfassen, weil das einfach den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Da würden wir wahrscheinlich hier so 10 bis 20 Stunden sitzen. Und deswegen machen wir das so, dass wir immer nur das uns pro Kapitel raussuchen, was wir besonders interessant fanden. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, während des Podcasts, okay, das Buch könnte interessant sein, ich hätte da vielleicht noch Interesse, ein bisschen mehr von dem Inhalt mitzubekommen, dann haben wir für euch wie immer das Buch in die Shownotes gepackt. Wenn ihr da Interesse habt, einfach mal auf den Link klicken, da könnt ihr euch auch noch andere Rezensionen zum Buch anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten einmal hier durch. Sehr gut, kann ich nur empfehlen, hier auch vielleicht, wenn die Möglichkeit besteht, sich ein paar Notizen mitzumachen. Ich fange direkt an mit den Waffen der Einflussnahme. Und zwar ist es so, dass wenn man sich die Tierwelt und auch uns Menschenwelt, sage ich mal, anguckt, findet man oft mechanische Muster, die getriggert werden von bestimmten Merkmalen. Also ein gewisses Merkmal tritt auf und wir reagieren sofort, ohne großartig nachzudenken, mit einem Verhaltensschema. Und wenn wir das jetzt quasi mal übertragen, können wir diese Merkmale, wenn wir uns diesen bewusst sind, wie eine Waffe nutzen, um andere dazu bringen, sich so zu verhalten, wie wir es gerne hätten. Was für den Unwissenden, auf den es angewendet wird, der dieses Merkmal vorgegaukelt kriegt, sodass sein Muster abläuft, sehr trügerisch ist. Und natürlich geht es jetzt hier in dem Buch vor allem darum, diese Muster, diese Merkmale zu erkennen und sich aktiv dagegen zu werden. Wenn wir uns das Ganze mal in der Tierwelt einmal angucken und uns dann ein Beispiel über die, in der Menschenwelt, in den Menschen quasi hier übertragen. Und zwar gibt es bei Truthennen den Cheep-Cheep-Mechanismus, sag ich mal. Und zwar, sobald ein Küken zu einer Truthenne läuft und die das typische Cheep-Cheep macht, die da so rumpiept, er erkennt die Truthenne automatisch. Das ist ein Artgenosse, das ist ein kleines Küken, das muss beschützt werden. Die Bemutterungsreaktion wird automatisch ausgelöst. Und Stinktiere sind die natürlichen Feinde von Truthennen. Heißt, sieht eine Truthenne ein Stinktier, geht es sofort auf 180, baut sich auf, flattert mit den Flügeln und versucht sich zu wehren. Wenn wir jetzt ein ausgestopftes Stinktier nehmen, auf das eigentlich die Reaktion ist, Aufbauen und Abwehrhaltung, Angriff und groß rummeckern, dieses Stinktier jedoch mit dem klassischen Cheep-Cheep aufgenommen, mit der Tonspur zusammenmischen, hat die Truthenne auf einmal das Bedürfnis, das ausgestopfte Stinktier, was sie davor als Gefahr gesehen hat, zu bemuttern. Und während dieses Bemutterungsprozesses schalten wir nun die Tonspur ab und man erkennt automatisch, man erkennt sofort, dass es auf einmal die Truthenne sieht, was da gerade vor sich geht und sich wieder in ihr Verhaltensmuster fällt und sich aufbaut und in die Abwehrhaltung geht. Das fand ich auch ziemlich interessant. Das war ja, glaube ich, ein Experiment, was er dann da beschrieben hat in der Tierforschung, was sich dann auf jegliches Lebewesen übertragen lässt. Also, dass es halt immer irgendwelche Reaktionsmuster gibt, auf die wir automatisch reagieren, ob wir wollen oder nicht, weil es halt genetisch veranlagt ist. Genau. Und wenn wir uns das mal jetzt angucken, gibt es auch bei uns Menschen ein Prinzip, das ich hier anbringen würde, das Kontrastprinzip. Und zwar ist es so, dass wir, wenn wir zwei Sachen sehen, automatisch dazu tendieren, beide direkt zu vergleichen. Heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einkaufen gehen und wir wollen einen Anzug und einen Pullover kaufen, gehen auf den Verkäufer zu und sagen ihm, was unser Anliegen ist, versucht uns der Verkäufer, komischerweise, automatisch den Anzug zuerst zu verkaufen. Dann gehen wir da im Laden. Ein guter Verkäufer, muss man dazu sagen. Ein guter Verkäufer, genau. Versucht uns automatisch, den Anzug zu verkaufen. Dann gehen wir durch den Laden, finden vielleicht einen Anzug und so einen Anzug, ja, 400 Euro, 500 Euro, 600, je nachdem, wie viel du dafür ausgeben willst. Und danach geht es weiter auf den Pullover. Und der Pullover, du hast ja gerade eben auf dich, du hast dich darauf eingestellt, jetzt den Anzug zu kaufen, der kostet ja 400 bis 600 Euro oder sogar noch mehr. Und jetzt holst du dir noch einen Pullover dazu und der Verkäufer zeigt dir einen für 150 Euro. Ja, das ist jetzt nicht so die Welt. Du hast ja, ob da jetzt 150 Euro noch draufkommen oder ob das 100 sind, das ist ja jetzt nicht so wild. Ja. Wenn man aber andersrum gehen würde oder nur einkaufen gehen würde, um sich einen Pullover zu kaufen, würde einem der Betrag extrem groß vorkommen. Er ist natürlich nicht geschrumpft, aber dadurch, dass wir zuerst uns auf diesen Anzug committet haben und quasi uns darauf eingestellt haben, dass wir so viel Geld ausgeben, erscheint uns diese im Betracht relativ kleine Summe gar nicht mehr so groß und die sind wir dann viel eher bereit zu zahlen. Noch schlimmer wäre es natürlich, wenn du erst den Pullover vorgeschlagen bekommst für 150 Euro und der Verkäufer dir dann versuchen würde, einen Anzug für 600 Euro zu verkaufen. Das wäre natürlich überhaupt sehr, sehr unstrategisch klug, aber naja, manche kommt natürlich immer darauf an, wie gut der Verkäufer geschult ist. Ja, dann würde ich natürlich sofort den Anzug für 600 Euro mit meinem Pullover für 150 vergleichen und mir denken, ja, was soll das denn? Ich gebe doch jetzt nicht so viel Geld aus für einen Anzug. Das muss doch günstiger gehen. Genau. Ja, und so gibt es dann allgemein Muster, die sich halt in verschiedensten Lebenslagen anwenden lassen, auf die der Mensch automatisch reagiert, ohne dass er sich dessen bewusst wird. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist schon ein ganz interessanter Punkt, den wir hier mitnehmen können aus dem ersten Kapitel, das Kontrastprinzip. Und ich würde sagen, wir machen dann direkt mal weiter mit dem zweiten Punkt. Und das ist wirklich etwas, was man sich eigentlich jetzt ganz, ganz dick mal aufschreiben sollte, weil das wirklich sehr, sehr oft oder eigentlich täglich bei uns vorkommt und auch sehr, sehr krass verunkert ist in der Verkaufspsychologie und auch häufig benutzt wird im Marketing, Online-Marketing, Vertrieb etc. Und zwar ist das das Prinzip der Reziprozität. So. Wow, das klingt cool. Das hört sich natürlich sehr, sehr komplex an und verwirrend vielleicht auch, wenn jemand das noch nicht gehört hat, aber es ist eigentlich wieder viel, viel weniger, nach was es sich anhört. Und zwar geht es darum, dass wenn wir Menschen, egal in welcher Lebenssituation, immer darauf gepolt sind, dass wir versuchen, uns für etwas, das wir bekommen, zu revanchieren. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein blödes Beispiel, wenn ich mit einem Auto habe und Startprobleme habe, weil die Batterie leer ist und mein Nachbar mir vielleicht in der Situation aushilft und Starthilfe gibt, dann macht er sozusagen eine Einbuchung auf unsere emotionalen Bankkonto. Das hatten wir sogar in den letzten Episoden. Ich habe jetzt mal versucht, das ein bisschen besser darzustellen. Und wir versuchen dann, aufgrund dieser Reziprozitätsregel uns bei diesem Nachbar zu revanchieren. Man kennt das natürlich, eventuell gibt man dem Nachbar dann eine Flasche Schnaps oder man versucht, irgendwas anderes dem Nachbar Gute zu tun, um sich dafür zu bedanken. Und meistens ist es so, dass die Person, die sich dann versucht zu revanchieren, das Ganze noch weiter zu toppen. Das heißt, ist, dass wir dem Nachbar eine etwas höhere Gegenleistung in der Zukunft entgegenbringen, um sozusagen unsere, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Schuld auszugleichen. Und ich weiß nicht, wenn man das jemand von euch kennt, aber bei mir ist es manchmal auch so, dass wenn ich Hilfe bekomme von jemandem, dass ich auch so ein bisschen innerlich so dieses Gefühl habe, dass ich jetzt mal was zurückgeben muss. Und genau das ist die Reziprozitätsregel, die dieses unwohle Gefühl ausdrückt, was wir dann in solchen Situationen haben und deswegen auch dann diese Revanche machen. Ich weiß nicht, kennst du das Gefühl? Ist es bei dir auch so manchmal gewesen, Mischa? Ja, zum Beispiel bei mir auf der Arbeit ist eine gute Kollegin, die liebt griechische Köstlichkeiten. Ihr Mann ist Griecher und sie bringt zwischendurch dann mal wieder vom Grieche so leckere Kekse mit und legt die dann im Raum, in so einem Working Space und dann können wir da, die Leute, die vorbeikommen, sich was von nehmen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir vor ein, zwei Wochen beim Griechen waren. Ich habe bestellt, habe das alles abgeholt und vorgelegt und dann quasi über Paypal eingeholt. Und als sie mich dann gefragt hatte, was sie dafür kriegt, nee, passt, du hast ja, bringst ja immer so viel, so leckere griechische Kekse mit. Okay, das heißt, in der Situation hast du dann versucht, dich zu revanchieren dafür, dass sie diese Kekse dann mitbringt. Genau, weil ich das Gefühl hatte, dass ich in ihrer Schuld stand, obwohl ich sie natürlich nie gefragt habe, ob sie das mal wieder machen will. Sie hat das einfach von sich aus getan, was natürlich vollkommen in Ordnung ist und ich glaube auch nicht, dass sie das im Hintergedanken hatte, aber auch unbewusst läuft das bei uns ab. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man allgemein auch mal mit offenen Augen durch die Einkaufsgassen geht oder allgemein am Samstag, wenn man einkaufen ist, mal das bisschen beobachtet, es gibt ja auch sehr viele Geschäfte, an denen es zum Beispiel Gratisproben gibt oder Produkttester für Kunden und das Ganze ist halt auch darauf abgezielt, dass Leute natürlich auf der einen Seite mit dem Produkt vertraut werden, aber auch soll das so ein bisschen dieses Reziprozitätsgefühl auslösen, dass Kunden sich nach diesem Geschenk dazu verpflichtet fühlen, dem Ladeninhaber oder dem Geschäft etwas zurückzugeben und dann was zu kaufen im Gegenzug. Carl Dini schreibt hier sogar, man könnte aktiv auch Reziprozität anwenden, um Leuten, denen man jetzt nicht so wohlgesonnen ist oder die man nicht so mag, um denen etwas Gutes zu tun, damit sie im Gegensatz etwas tun, was man nicht möchte, zum Beispiel wenn du einen Arbeitskollegen hast, bei dem du weißt, okay, wir sind jetzt nicht so auf einer Wellenlänge, dem könnte man jetzt zum Beispiel plump gesagt, so einen kleinen Snack mitbringen, wie bei dir auf der Arbeit, also sozusagen was Gutes tun und dann im Gegenzug fragen, ja, kannst du mir hier bei der Excel-Formulierung helfen, ich komme dir nicht ganz weiter, das wäre vielleicht eine ganz, ganz interessante Strategie, die man anwenden könnte, um Leute so ein bisschen zu beeinflussen. Da habe ich noch eine Geschichte, ich war vor ein paar Wochen in so einem Unverpackt-Laden, ganz neu, hatte der aufgemacht und wir wollten nur ein Avocado haben, sind dann zur Kasse, ich hatte schon Geld rausgeholt und er meinte, nur, passt, könnt ihr mitnehmen, die ist eh schon fast überreif. Okay. Sind natürlich rausgegangen, habe uns total gefreut, eine Avocado umsonst bekommen, für die wir jetzt eigentlich was gezahlt hätten, im ersten Moment voll cool, warst ein toller Typ, aber dann im Nachgang natürlich auch wieder so, ja, Gratisprobe und jetzt hatte ich auch irgendwie das Gefühl, da muss ich jetzt öfter hin, da muss ich mich jetzt, muss ich jetzt auch ein paar Mal dann für einkaufen, dass ich mich da quasi bedanke wieder oder revanchiere. Genau, weil das wird hier ganz klar ausgelöst, du hast so dieses Gefühl, du stehst in der Schuld des anderen und fühlst dich dann verpflichtet, etwas für den anderen wieder zu tun und das ist ja meistens auch so ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man so merkt, okay, ich nehme die ganze Zeit irgendwas hier, aber gebe nichts zurück und deswegen fördert das auch das Verhalten der Menschen in die Richtung, dass man dann was zurückgibt und ein anderer Punkt ist, auch gesellschaftlich ist allgemein das nicht so gut angesehen, wenn du so eine Person bist, die immer nur von anderen Leuten irgendwelche Dienstleistungen in Anspruch nimmt, aber nichts zurückgibt und das hatte ich auch damals, als letztes Beispiel noch, danach können wir gerne weitermachen, hatten wir auch beide oder haben immer noch einen Freund, der sehr gut Autos reparieren kann und als ich früher ein Auto hatte und er mir dann zum Beispiel die Lampen kostenlos gewechselt hat, weil er noch irgendwie so einen Lampensatz in der Werkstatt hatte oder einen Reifen gewechselt hat oder ähnliches, hat er das meistens natürlich auch umsonst gemacht, weil wir waren Freunde und so ein Reifenwechsel dauert jetzt vielleicht, wenn es schlecht läuft, eine halbe Stunde maximal und dann habe ich ihm, weil ich halt auch so dieses unwohle Gefühl hatte und dachte, okay, jetzt hat er das gemacht, das kann ich ihm auch was zurückgeben, man muss ihm auch was zurückgeben, aber haben wir dann zum Beispiel öfter Essen und ich habe das Essen dann bezahlt oder ähnliches, also so ist es natürlich auch ganz klar unterbewusst in unserem Alltag integriert und ich finde es ganz spannend, wenn man da aktiv mal das beobachtet und guckt, wo man eigentlich jetzt diese Reziprozitätsregel vielleicht auch unterbewusst anwendet. Sehr cool. Im weiteren Verlauf des Kapitels nennt er ja auch noch ganz viele andere Taktiken, aber die sind leider nicht mehr zeitlich machbar. Genau, am Ende wird ja nochmal erklärt, wie man zum Beispiel die Reziprozitätsregel, wie man sich da so ein bisschen verschützen kann oder wie man da allgemein nicht so drauf reinfällt und es gibt allgemein in jedem Kapitel hier Abwehrstrategien, die genannt werden oder auch noch etwas weitere Taktiken und wenn ihr da Interesse daran habt, dass wir vielleicht das Ganze mal schriftlich runterschreiben und euch allgemein ein bisschen mehr Einblick ins Buch gewähren, wir hätten überlegt, das Ganze mal zusammenzufassen in einer E-Book-Version. Wenn ihr da Interesse daran habt, dass wir euch das nochmal vielleicht auch zusammenfassen und zur Verfügung stellen, dann schreibt uns ganz gerne auf Instagram growthlibrary.official, dann werden wir die mal auf unsere Webseite packen und dann können wir da auch noch ein bisschen mehr von profitieren. Genau. Einfach sich kurz melden. Gut, der nächste Automatismus ist die Commitment und Konsistenz. Konsistenz ist nichts anderes als, oder heißt nichts anderes als, in Übereinstimmung mit unserem früheren Verhalten zu handeln. Ein schönes Beispiel, wenn ich mit drei Kollegen oder mit zwei Kollegen essen gehe, wir essen alle Spaghetti Bolognese oder was weiß ich, ich frage den rechts neben mir und wie schmeckt es und er sagt mir, ja, ist total lecker, beste Bolognese, die ich gegessen habe und ich sage, ja, stimmt, voll lecker und ich frage im Anschluss den links neben mir und der sagt mir, ja, schmeckt total nicht, er findet es total eklig und ich sage, ja, total abartig, finde ich auch uncool. Dann macht das natürlich für meine Gesprächspartner einen absolut unstimmigen Eindruck von mir oder vermittelt einen absolut unstimmigen Einpunkt und deswegen versucht man hier darauf abzuziehen, so eine gewisse Awareness zu schaffen, dass sobald du dich auf irgendetwas committest, also sobald du irgendeinen Standpunkt eingenommen hast, den automatisch versuchst zu verteidigen. Also quasi nochmal zusammengefasst, Inkonsistenz wird in der Regel als weniger wünschenswert, also als weniger wünschenswerte Persönlichkeitseingenschaft betrachtet und Konsistenz wird normalerweise mit intellektueller Stärke in Verbindung gebracht und mit Logik und Vernunft gleichgesetzt. Ein schönes Beispiel, wo das Commitment und die Konsistenz trifft, ist, wenn man sich die Weihnachtszeit mal näher betrachtet, die Weihnachtszeit und deren Werbespots. Und zwar, also wir beide können jetzt davon noch nicht so viel aus der Elternperspektive reden, weil wir noch nicht in der Situation sind, aber das kann ja noch kommen, man weiß ja nicht, vielleicht ja schon nächstes Jahr. Nee, auf jeden Fall nicht. Gut. Die Weihnachtsgeschenke für kleine Kinder. Kurz vor Weihnachten wird die Werbetrommel nochmal ordentlich gewirbelt. Es wird ein super tolles neues Produkt beworben, das neue ferngesteuerte Auto. Das Verlangen bei Kindern natürlich sofort auslöst. Jedes Kind will dieses Produkt haben und sagt zu ihren Eltern, ja, ich will das zu Weihnachten und die Eltern sagen, okay, kriegst du zu Weihnachten. Die Spielehersteller jedoch unterliefern die Spielgeschäfte, sodass es eine viel größere Nachfrage gibt gegenüber dem kleinen Angebot und die Eltern haben es dann natürlich extrem schwer, dieses Produkt zu bekommen. Wir suchen die Spielzeugläden auf und finden das Produkt nicht. Also wird irgendein anderes Produkt gekauft. Das Kind darf natürlich jetzt keine unbescherte Weihnachten haben. Das Kind freut sich an Weihnachten auch über das andere tolle Produkt. Das ist dann vielleicht das fliegende Flugzeug Flugzeug und nach Weihnachten wenn alles wieder vorbei ist im Frühjahr wird dann die Wärmetrommel nochmal gewirbelt und die Kinder erinnern sich an das Versprechen der Eltern und sehen guck mal hier das Auto das wollte ich zu Weihnachten und ich habe es nicht gekriegt und dann sind die Eltern natürlich so darauf committed gewesen und haben das Zugeständnis gebracht dem Kind gegenüber dass sie nach Weihnachten in den Spielzeugladen laufen wo dann auf einmal das Angebot der Nachfrage entspricht es genügend ferngesteuerte Autos gibt und sie das zweite Geschenk quasi kaufen zum dem Glücke der Spielzeughersteller und der Kinder natürlich auch die Kinder haben quasi Doppelbescherung das fand ich ziemlich krass als er das beschrieben hat weißt du noch ob das eine Auswertung von amerikanischen Spielzeugherstellern selber war oder wo er diese Daten hergenommen hat in dem Buch nicht hundertprozentig ne müsste ich mich jetzt so weit aus dem Fenster für lehnen ne aber es war auf jeden Fall eine ja eine Analyse die er betrieben hat und ja das zeigt ja schon mal ganz drastisch was eigentlich mit diesem der Eigenschaft des Commitments und des Konsistenzverhaltens des Menschen eigentlich machbar ist und wie das auch von manchen Industrien gezielt ausgenutzt wird ist ja auch nochmal so die Frage warum ist das eigentlich so dass wir versuchen konsistent zu bleiben ich glaube das gerade nochmal kurz angesprochen ich wollte noch mal ein zwei Sachen noch weiter zu erzählen auf der einen seite ist natürlich so dass Menschen die sich einmal für etwas entscheiden und dann auch dabei bleiben in der Gesellschaft eigentlich immer einen etwas höheren Stellenwert haben weil du dann oft dann hörst okay der kann sich schnurstracks entscheiden der zieht das durch und der schaut nicht nach links und rechts der hat eine starke Willenskraft wohingegen Leute die wirklich sehr oft zwischen ihren Entscheidungen hin und her schwanken und sich verschiedene Auswahlmöglichkeiten bereithalten eher so ein bisschen ja unsicher auch rüberkommen würde ich sagen deswegen versucht man natürlich dann auch im sozialen Druck wenn man eine Entscheidung hat möglichst konstant damit das Ganze zu verfolgen meistens ist es auch noch so dass ein konsistenz konsistenz Verhalten sich meistens im Alltag gut bewährt also dass wenn wir einmal uns für etwas entschieden haben ein bisschen ja die Entscheidungskraft abnimmt also es ist ja meistens auch etwas schwer immer Entscheidungen zu treffen wir müssen sozusagen Energie aufwenden um das Richtige für uns auszuwählen wenn wir dann zum Beispiel immer den gleichen Schokoregel in der Mittagspause auf der Arbeit kaufen und dabei bleiben dann müssen wir natürlich auch viel weniger Willenskraft aufwenden um diese Entscheidung zu fällen und vor allem Leute die ihre Meinung wie eine Fahne im Winter wechseln sind gesellschaftlich auch nicht so sehr geschätzt von ihren Mitmenschen würde ich mal sagen ja genau weil dann sagt man auch natürlich viele ja auf den kannst du eh nicht verlassen der hat morgen wieder was anderes im Kopf und stimmt das ist auch nochmal ein sehr gutes Beispiel und ja ich denke da kann man jetzt auch ganz ganz interessante Beispiele noch hier geben die auch in dem Buch beschrieben wurden ich wollte einmal eines kurz nennen bevor wir vielleicht auch weitermachen und zwar geht es hier darum dass in Amerika gibt es natürlich auch immer verschiedene Organisationen und soziale Organisationen welche dann versuchen neue Mitglieder für sich zu anzuwerben oder halt auch Werbung für sich zu machen und da gab es eine Studie die Caldini hier aufzählt und dieser Studie war es dann so dass diese Mitglieder der Organisation ganz klassisch klingenputzen gegangen sind und bei den Leuten an den Türen geklingelt haben und gefragt haben ob die Leute bereit wären sich so einen kleinen Sticker oder so ein kleines Schild von dieser Organisation in das Autofenster reinzustellen einfach um so ein bisschen die Aufmerksamkeit für die Organisation zu erhöhen damit andere Leute die mit dem Auto hinter dem Auto fahren oder vor dem Auto schon sehen okay hier ist eine Organisation die könnte vielleicht auch für mich interessant sein nachdem die Leute dann zugesagt haben sind die sozusagen dann weitergezogen und haben die nächste Person gefragt ob sie zustimmen würden dieses kleine Schild sich ins Auto reinzustellen und dann wurde ein Monat wurde abgewartet und dann sind sie halt noch mal zu diesen gleichen Leuten gegangen und haben gefragt ob sie bereit wären sich ein schrittlich ein etwas größeres Schild in den Garten reinzustellen um für diese Organisation zu werben und das haben sie so gemacht sie haben 50% Leute gefragt die vorher schon gefragt wurden ob sie sich das Bild ins Auto stellen wollen und dann auch nochmal 50% der Leute waren ganz neue Leute die die vorher sich gar nicht das Schild in das Auto reingestellt hatten und es war am Ende dann so dass die Leute die vorher dieses Commitment gemacht haben und sie gesagt haben okay ich mache das so ich stelle mir dieses kleine Schild ins Auto waren auch viel eher dazu bereit sich dieses große Schild dann im zweiten Schritt in den Vorgarten zu stellen wo hingegen die Leute die die dann von Anfang an das große Schild in den Garten stellen zu lassen und das zeigt einfach auch nochmal wie krass dieses Commitment eigentlich auch unterbewusst mit uns arbeitet das heißt wenn wir uns einmal für etwas entscheiden und sagen okay ich mache ein bisschen Werbung für die Organisation kann man das Ganze auch sehr gut noch ein bisschen weiter auslegen um den Leuten noch mehr abzuverlangen als sie eigentlich von Leute damit zu werben mehr auf ihre Ökobilanz zu achten im Sinne von dem Energiehaushalt also mal öfters die Heizung vielleicht auszuschalten im Sommer mit der Belohnung in der Zeitung erwähnt zu werden über sechs Monate oder über ein Jahr hinweg hat bei vielen Leuten dazu geführt dass sie im Nachgang obwohl die Belohnung in der Zeitung aufzuplöppen entfernt wurde oder aufgehoben wurde revidiert wurde dazu geführt dass die Menschen sich so darauf committed haben dass sie jetzt mehr darauf achten oder den Status in der Gesellschaft annehmen Menschen zu sein die auf ihre Energiebilanz und auf ihre Ökobilanz achten sich so verankert dass trotz revidierender Belohnung es ein Umdenken gab und der Verbrauch auch im Nachgang lange über den Zeitraum hinaus sich quasi umwelttechnisch verbessert hat gut aber mehr würde ich auch zu dem Kapitel jetzt nicht mehr sagen dann würde ich sagen machen wir weiter mit dem letzten Prinzip was wir uns heute rausgesucht haben und zwar ist das das Prinzip der sozialen Bewährtheit ich glaube ich glaube hier kann man sich schon relativ schnell etwas darunter vorstellen was das ganze psychologisch aussagen soll oder worum es hier geht und zwar ist es so dass allgemein wir als individuelle Personen einfach auch darauf gucken was machen Leute um uns herum und uns diesem Gruppenverhalten anpassen und das Ganze wird auch ziemlich gut schon in diversen Marketing Kanälen angewendet ich glaube das kennt jeder von uns wenn man jetzt im Fernsehen sieht ein neues Shampoo oder eine neue Creme für die Haut und dann wird meistens immer gesagt 50.000 Menschen vertrauen bereits auf Creme XX von Hersteller XY also da so ein bisschen dieses Gruppengefühl zu steigen oder halt auch allgemein solche Sätze wie meistverkaufte oder die meiste Zuwachsrate hatte dieses Produkt oder dieses Produkt oder 95% der Leute sind sehr sehr zufrieden mit unserem Produkt und was passiert hier ganz klar wir evaluieren unterbewusst okay wenn viele andere Leute sich so verhalten und das Produkt nutzen dann muss es gut sein und wir passen uns sozusagen dem Verhalten anderer Leute an und genießen dann sozusagen oder fügen uns unterbewusst in diesem Prinzip der sozialen Bewährtheit ein oder auch ganz beliebt 97% der Nutzer würden dieses Produkt weiterempfehlen ja genau oder so das ist natürlich auch nochmal ein ganz markanter Werbespruch und es gibt jetzt hier sogar zwei Konstellationen in denen dieses Prinzip der sozialen Bewährtheit wirklich sehr sehr gut funktioniert oder das Ganze noch stärker funktioniert und zwar auf der einen Seite wenn wir selber uns unsicher sind zum Beispiel in manchen Situationen wo wir nicht wissen wie wir uns verhalten sollen dann achten wir ganz besonders auf das Verhalten anderer Personen das habe ich auch sehr krass bei mir selber beobachtet als ich in Singapur unterwegs war weil das natürlich eine ganz andere Kultur ist und ich wusste ja in der Mittagspause nie wo ist es gut essen zu gehen zum Beispiel oder wie läuft das überhaupt ab weil da gibt es ja überall diese Hawker Center das sind wie so kleine Restaurant Gruppierungen wo halt jeder in so Aussuchung kann wo man was kaufen möchte und ich hatte natürlich keine Ahnung war unsicher und habe mich unterbewusst diesem Prinzip der sozialen Bewertheit entsprechend verhalten und habe da mein Essen gekauft wo meine Arbeitskollegen oder die meisten Leute sich angestellt haben weil ich dann wusste okay wenn das alle Leute kaufen dann muss es gut sein oder zumindest auch sauber und ich hole mir da wahrscheinlich keine Krankheiten und habe dann da sozusagen mal Mittagessen gekauft und ein anderes Aspekt der auch dazu führt dass dieses Prinzip der sozialen Bewertheit besonders gut funktioniert ist wenn wir der Person die das Verhalten vormacht sehr ähnlich sind das heißt natürlich wenn man jetzt zum Beispiel Fußballspieler ist und man sieht okay alle Fußballspieler trinken diesen Drink oder nutzen dieses Produkt bevor sie spielen dann nutze ich das auch weil ich denke okay die sind mir so ein bisschen ähnlich die machen den gleichen Sport da muss es auch ganz gut sein und dann kann es mir wahrscheinlich auch helfen noch ein bisschen mehr Leistungsfähigkeit aus meinem Körper herauszuholen geht auch so ein bisschen in das Prinzip der Sympathie was wir wahrscheinlich in der nächsten Episode noch näher besprechen werden dass quasi wenn die soziale Bewertheit schon nicht ganz so greift wir darauf abweichen wer ist uns am ähnlichsten und was essen die so was machen die das ist auch ganz krass beim einkaufen wenn ich da irgendwie nach einem Joghurt gucke oder nach Haferflocken die Packung oder die Sorte von denen am meisten fehlt habe ich mich auch schon öfters ertappt ist wo ich mir dann selber denke oh ja nur noch so wenige da da muss gut sein dann probiere ich das auch mal dann nehme sehr sehr nach gefragt sind gerade in dem Moment wir neu aufgefüllt wurden dann ist natürlich das Produktekorb was keiner haben will ja das wahrscheinlich schon seit drei Wochen abgelaufen war genau ja und was ich ziemlich krass fand in dem Artikel war dass Cialdini hier auch nochmal über den Werter Effekt spricht und zwar geht es hier so ein bisschen darum dass zum Beispiel wenn in den Medien viel von Selbstmorden oder von Suiziden besprochen wird dass manche Leute auch dann dazu veranlasst die selber so ein bisschen labil sind oder diesen Suizidgedanken hatten sich auch umzubringen deswegen ist es zum Beispiel auch so dass immer wenn in irgendwelchen Nachrichten gerade über Selbstmorde geschrieben wird immer es gesetzlich verpflichtet ist dass eine Hilfordline angegeben wird ich weiß ob du das schon mal gesehen hast bei Zeitungsartikeln die über Selbstmord gehen oder allgemein wenn es im Radio irgendwas gibt wo jemand sich selber umgebracht hat oder halt auch am Handy in der App ich habe das schon öfter gesehen also gerade auch in den Apps wenn man da Artikel hat dann wird immer diese Notfall Nummer angegeben weil dieser Werte Effekt halt besagt das war halt ein Experiment oder das war einfach so ein Vergleich der Suizid Zahlen dass gerade wenn sowas öffentlich in den Medien beschrieben wird dass dann eine Nachahmungsrate gegeben ist und sich dann ungewohnt viele Leute auch selber umbringen und das fällt auch so ein bisschen hier in den Bereich des Vorbilds vielleicht das ist natürlich nicht so ein super Vorbild aber ich glaube das ist so diese gleiche Technik die dann hier auch greift das fand ich auch richtig krass aber auch von ihm richtig gut also das hatte ich so nie auf dem Schirm dass Berichtserstattungen sowas wenn der Leser einer von den Menschen ist die solche Artikel oder generell Zeitungsartikel verfasst sollte er sowas lieber auf dem Schirm haben und sich darüber im Klaren sein und nicht versuchen aus irgendwelchen Suizid oder Mördergeschichten große Schlagzeilen zu machen damit er quasi Publicity erhält dass man halt sagen die Leute dann nicht auf den Gedanken bringt dass man das unterbewusst auf dem Schirm haben sollte dass das quasi dadurch ausgelöst wird und nicht versucht irgendwie eine große Story aus irgendwelchen Mord- oder Selbstmordfällen zu machen was ich auch sehr cool fand hier noch war ein Beispiel aus einer Sekte aus Amerika aber ich glaube das vertagen wir also ich muss um hier langsam zum Ende zu kommen sagen auch jetzt wo wir hier uns drüber unterhalten das Buch kommt glaube ich viel zu kurz in unserem Podcast also auf jeden Fall empfehlenswert zu kaufen auf jeden Fall ich finde auch dieses Level an Detail was Cialdini halt hier dem Leser offenbart und dieser Mix aus interessanter Schreibweise und auch dennoch sehr sehr wissenschaftlich belegten Theorien das ist schon sehr sehr interessant und ich glaube da sollten wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen dass wir hier wesentlich nur die Spitze des Eisberges besprechen und wenn jemand wirklich da Interesse hat dann ist das Buch wirklich sehr zu empfehlen dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen ich freue mich natürlich auf die nächste Episode mit dir sehr sehr schön dann würde ich sagen wir haben den ersten Teil des Buches ganz grob mal angerissen und besprochen und wie gesagt der Interesse daran hat dass wir vielleicht auch mal eine E-Book Version von der Zusammenfassung erstellen schreibt uns gerne an über growthlibrary.official auf Instagram dann packen wir das Ganze mal auf unsere Webseite und vielen vielen Dank auch an jeden der es geschafft hat bis hierhin durchzuhalten und zuzuhören wir hoffen natürlich dass wir heute wieder den einen oder anderen Mehrwert liefern konnten und im Großen und Ganzen ist es so dass ihr uns auch sehr sehr damit helfen könnt wenn ihr uns auf iTunes über Apple Podcast eine Bewertung gibt das hilft uns ganz einfach dabei im Podcast nochmal ein bisschen bekannter werden zu lassen und auch an Leute heranzubringen die von unserem Wissen profitieren können genau falls ihr das Buch auch selber gelesen habt wäre es für uns umso interessanter nochmal von euch zu erfahren wie ihr das Ganze erlebt habt und in welchen Situationen ihr euch vielleicht selber ertappt wo ihr in eine von diesen Mechanismen reingerutscht seid das ist ja das normale menschliche Verhalten und wie wir schon gesagt haben es passiert auch oft sehr unbewusst und das ist mir auch erst nach dem Lesen des Buches wirklich aufgefallen ja dann würde ich sagen vielen vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Episode wenn wir den zweiten Teil von die Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini besprechen bis zur nächsten Woche und bis dann ciao 兒 S Vielen Dank.